Hallo meine Lieben, heute geht es um das Thema Fructose, also Fruchtzucker. Und was denkt man meistens, wenn man Fruchtzucker hört? Na klar, das ist doch dieses gesunde Zucker, das ist doch dieses gute Zucker, die Süße aus den Früchten. Und genau darum geht es heute. Bleibt dran und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schnell abonniert. Auf den ersten Blick scheint die Fructose natürlich etwas ganz Gesundes zu sein, ganz klar. Wie der Name schon sagt, Fruchtzucker. Und was in Früchten, Bananen, Äpfeln, Kirschen und so weiter ist, kann ja nicht schädlich sein, weil Obst ist ja gesund. Richtig, jetzt kommt das große Aber. Die Lebensmittelindustrie hat sich dem Fruchtzucker natürlich bedient und diesen auch so weit verarbeitet und industriell so hoch konzentriert und isoliert diesen Zucker, dass er wirklich dann für uns, für unseren Organismus schädlich ist. Ich habe natürlich wieder für euch kräftig recherchiert, weil ich alles immer ganz fundiert wissen möchte und habe auf der Seite vom Bundesinstitut für Risikobewertung einige Studien gefunden. Und die werde ich euch unten natürlich nochmal zum Nachlesen verlinken, für die, die es interessiert. Und genau darum geht es auch heute. Es geht um unsere Lebensmittel, alles, was wir fertig kaufen im Supermarkt. Alles, was in irgendeiner Form verarbeitet ist, um sie geschmacksintensiver zu machen, um sie aber auch haltbarer zu machen, um auch vielleicht Kekse ein bisschen brauner und karamellisierter aussehen zu lassen. Sieht einfach schöner aus. Um aber auch in Tiefkühlprodukten die Eisschichtbildung, diese Kristallbildung zu verhindern. Ja, die Lebensmittelindustrie hat sich dem Fruchtzucker bedient. So, wie kann es denn jetzt überhaupt sein, dass Fruchtzucker, also Zucker aus Obst und Gemüse, mir jetzt in irgendeiner Form schaden soll? Das verstehe ich jetzt nicht. Das große Fragezeichen, was die meisten haben, kann ja nicht sein. Also jetzt nochmal zum Mitschreiben. Wenn ihr in der Zutatenliste auf die Kohlenhydrate guckt, findet ihr darunter meistens auch den Begriff davon Zucker, so und so viel Gramm. Jetzt kommt aber der Clou. Davon Zucker ist immer nur gesetzlich vorgeschrieben der Haushaltszucker. Ja, es ist aber nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass zum Beispiel der Fruchtzucker in der Menge ausgewiesen wird. Ihr findet zwar Fruchtzucker in sämtlichen Synonymen in der Zutatenliste aufgeführt, ja, da steht vielleicht Inulin, die Erdzucker, es steht dort Invertzucker, es steht dort Fruktose, Fruktose, Glucose, Sirup. Sirup ist oft immer ein Indiz für Fruktose, es ist aber nie die Mengenangabe aufgelistet. Ganz, ganz, ganz fatal. Gerade für Menschen, die sowieso zu Übergewicht leiden, für Menschen, die schon bereits mit Diabetes zu tun haben, aber auch für Kinder. Denn eins ist klar, Fruchtzucker ist eins der risikoreichsten Zuckerarten, die wir überhaupt haben. Bam. Weil es fördert das metabolische Syndrom. Was ist das metabolische Syndrom? Es ist das berühmte Quartett aus einmal Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Fettleibigkeit. Also Richtung Übergewicht, Fettleibigkeit, Adipositas. Und nun kommen wir zu den Details. Warum ist die Fruktose so gefährlich für uns? Sie ist insulinunabhängig. Das heißt, sie unterliegt anderen Verarbeitungsprozessen im Organismus. Sie schleicht sich direkt vorbei am Insulin. Die Bauchspeicheldrüse wird davon in erster Linie nicht betroffen, sondern sie wandert direkt, die Fruktose wandert direkt in die Leber. Und dort wird sie verstoffwechselt in Fett. Es gibt so viele Menschen, die möchten auf ihre Ernährung ganz, ganz stark achten. Und dann höre ich ja, ich nehme jetzt Agavendicksaft anstatt normalem Zucker. Ja, normaler Zucker besteht auch aus 50% Fruchtzucker. Das ist schon mal so die eine Baustelle. Dann nehme ich aber jetzt vielleicht Agavendicksaft. Agavendicksaft besteht zu 80% aus reiner Fruktose. So, diese Person, die vielleicht aber eigentlich auf ihre Ernährung achten möchte, verhindert den Fettabbau mit gleichzeitiger Fetteinlagerung. Es fehlt auch zudem das Sättigungsgefühl. Wir haben im Körper das Hormon Leptin. Es sorgt dafür, dem Gehirn eine Rückmeldung zu geben, dass wir jetzt satt sind. Die Fettibus sind voll. Aber hat man jetzt Lebensmittel zu sich genommen, die einen sehr hohen Fruchtzuckeranteil haben, dann fehlt das Sättigungsgefühl und man isst weiter. Hier geht es ja auch nicht nur um die Figur an sich. Es geht ja immer nur um Gesundheit. Da hieß es nun an uns, dass wir aufpassen beim Einkaufen und auch wenn es auch um Kindergesundheit geht, dass wir versuchen, wenn wir Fruchtzucker zu uns nehmen, in der natürlichsten Form, esst einen Apfel, esst eine Banane, macht euch einen Smoothie oder süßige Tränke mit kleingeschnittenem Obst. Immer lieber Finger weglassen von fertigen Produkten. Und alles, was in irgendeiner Form fertig ist, schädigt natürlich auch in irgendeiner Form die Leber. Und auf Dauer, auch viele, viele Jahre, verliert man das Ganze aus den Augen. Dann kann das wirklich sein, dass man chronische Krankheiten bekommt und ja, darüber hinaus auch Karies. Das ist ja auch nicht schön. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vergesst nicht, den Sport einzubauen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss und bye.